Mein Name ist Daniela Buchholz. Ich arbeite im Customer Service Export und betreue dort die baltischen Länder, Litauen, Lettland und Estland. Mein Arbeitstag fängt morgens zwischen 7 und 8 Uhr an. Die Arbeitszeit ist flexibel, deshalb kann ich mir das ganz gut einteilen. Die Kunden schicken Aufträge, meist per E-Mail. Die Auftragseingabe wird von mir begleitet bis hin zum Versand, der komplette Prozess. Dazu gehören auch Reklamationsbearbeitung, Lieferverfolgung, Kreditprüfung, alles rund um Auftragseingabe und Abwicklung. Wir haben regelmäßig Teammeetings, werden Themen besprochen, die für uns natürlich relevant sind. Verschiedene Prozesse werden dort besprochen oder Projekte, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr locker bei Kulzer. Wir haben ein sehr gutes, lockeres Verhältnis. Wir sind ein eingespieltes Team und können uns auch aufeinander verlassen. Bei Kulzer zu arbeiten bedeutet für mich sehr viel. Ich bin 26 Jahre dabei und bin mit Kulzer gewachsen. Über die Jahre hinweg habe ich viel gelernt und viel mitgenommen. Das kann ich wirklich so sagen. Beispiele 2020 911 Kulzer Boston PRA